Ja, hallo lieben, Christian Schmeier mit Arbeit, Psychologer und so weiter und so fort. Ich schau doch gerne mal rein in unseren neuen Paar-Podcast Dopamin mit zwei A's. Und ja, meine Arbeit findest du auf libysche.de, kannst du mir auch solche Fragen stellen wie diese hier. Und es geht ums Thema toxische Arbeitsbedingungen, Freundschaften und so weiter von Adrachlav. Hallo Christian, du bist ja zu dem Thema toxische Arbeitsbedingungen, Freundschaften, machst du ja auch manchmal Videos, die ich wirklich hilfreich finde. Ich habe noch eine Frage. Du hast ja manchmal in den Videos gesagt, dass es klug sein kann, nicht alles sofort zu thematisieren, wenn Leute einen nicht gut behandeln, übergehen. Ja, also klar, in einer Beziehung sollte man das natürlich. Aber manchmal bei Freunden weiß man einfach, es bringt sowieso nichts. Und man hat es, also natürlich sollte man das irgendwann mal probieren, dass man wenigstens mal weiß, okay, ich habe es mal probiert und ich weiß, es nützt sowieso nichts. Aber ja, so war das gemeint, ne? Sondern erst mal innerlich sammeln, Situationen XYZ sich selbst vergegenwärtigen und erst dann sagen, was einen stört und dabei möglichst ruhig bleiben. Ja, auf jeden Fall. Derzeit bin ich in einer Forschungsgruppe mit zwei anderen weiblichen Wesen, die sich scheinbar super verstehen. Ich habe in Gesprächen, Diskussionen oft den Eindruck, dass zum Beispiel zu mir weniger Blickkontakt aufgenommen wird. Fragen von mir im Gruppenschat werden teilweise übergangen, ignoriert oder ich werde in Diskussionen nicht richtig einbezogen. Irgendwie habe ich dann immer Sorge, dass ich es falsch interpretiere und will nicht überreagieren. Das ist ja auch in meinem Eifersuchskurs Thema, also diese Dreierkonstellation ist einfach, ich meine, ist eigentlich wieder ein Dreieck, ist für uns Gift. Also eine der nachdrücklichsten Übungen, die ich mal gemacht habe in so einem, ach, meine Haut ist ja so im Arsch vom Schiefer, ne? Nein, vom, was soll ich jetzt sagen, also so im psychologischen Kontext war, als wir mal so Dreiergruppen gebildet haben und dann wurde gesagt, okay, ihr müsst jetzt einen auswählen, ihr seid auf so einem Rettungsboot und einer muss ausgewählt werden, der sich opfert, so, ne? Boah, was da los war, ne? Das, also das macht uns einfach fertig, diese Dreierkonstellation. Und das wird schon so sein. Also, warum solltest du das falsch wahrnehmen? Aber es juckt dir halt nicht, ne? Beziehungsweise, wenn man, äh, das Steps by Drilling ist das, soll das so sein. Ähm, aber, ja, die merken das unter Umständen gar nicht, weil, ach, wir verstehen uns ja gut und was hast du denn? Und ich vermute mal, dass es nicht mal irgendwie Intentional ist oder so, die verstehen sich halt so, ne? Aber, ja, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil, was will man da sagen? Wenn man da sagen, ihr beachtet mich nicht genug, kenne ich auch so Situationen, dass ein Kumpel macht was mit einem anderen Kumpel, wo man denkt, boah, das ist auch eigentlich typisch das, was wir zusammen machen und, ähm, ja, macht es mal mit jemand anders und, ja, was soll man dazu sagen? Es ist, wie es ist, ne? Ja, ich habe jetzt mal eine Liste gemacht von Sachen, die mir auffallen, da ich dazu neige, subtilere Dinge auffallen, mir selbst etwas wegzudrücken. Dann merke ich nur noch, dass ich Bauchschmerzen bis auch auf die Zusammenarbeit habe und mich richtig unangenehm fühle, sobald die wöchentlichen Treffen mit den beiden näherrücken. Ich würde mir da immer sagen, hey, das ist eigentlich ganz normal, wir haben eine Dreierkonstellation, zwei verstehen sich besser, könnte ich jetzt auch sein, aber leider bin ich es nicht. Und, ähm, ja, ich würde mich da auch gar nicht, ich würde mich auch gar nicht drum bemühen, ne? Ja, dann mögen die sich halt nicht so, wie sie sich selber mögen. Drauf geschissen. Also, je mehr wir uns von allem lösen, ne, und einfach Dinge so nehmen, wie sie sind, da werden wir unbesiegbar irgendwie quasi, ne? Also, einfach sagen, ja, ist okay, ihr mögt mich nicht. Äh, ja, ja, ist wie es ist. Ja, dann merke ich noch, dass ich, ja, ähm, es ist taktisch klug, subtile Verhaltensweisen zu thematisieren, oder wird man schnell in die Dramakreen-Ecke gepackt. Ich glaube eher, letzteres, wie gesagt, was will man da machen, willst du mit denen diskutieren, warum die dich nicht so mögen, wie sie sich selber, wie sie sich untereinander mögen, was wird das für ein Gespräch, ne? Äh, also natürlich kannst du mal in so einem Kaffee-Talk mit einer, kann man mal sagen, ach ja, ich merke also, ihr versteht euch so gut, schade, ich habe das Gefühl, ihr versteht uns nicht so gut. So, also so ein bisschen beiläufig kann man das vielleicht mal machen, aber ich würde auf gar keinen Fall hier das große, äh, Operationsbesteck rausholen, äh, mit Laser und, äh, großem Schnittwerkzeug und da einen riesen Aufriss von machen, so, jetzt müssen wir mal hier ein klärendes Gespräch machen, das würde ich nicht machen, ne? So, dann eher so beiläuft, joch, ist ja schade, joa. Und dann mal gucken, was dann so kommt, ne? Soll ich eher cool bleiben? Ja, cool auf jeden Fall. Und ignorieren oder eventuell freundlich das Weiten thematisieren, ohne direkt zu unterstellen, dass es mit Absicht passiert. Das auf jeden Fall, weil das oft, man denkt viel mehr, dass Sachen Absicht sind, als sie wirklich sind, so, ne? Äh, wenn zwei Personen sich einfach besonders gut verstehen, kann es ja vorkommen, dass sie sich automatisch mehr Blickkontakt haben und ich empfinde eher weniger Sympathie zu den beiden. Ja, das ist ja genau, was ich meinte, ne? Also man muss echt aufpassen, gerade so, ich kenne dich da jetzt nicht, aber bei mir sind ja viel Plusbulle auf dem Kanal, die neigen manchmal so zu, ja, zu Drama, ne? So, dass man, äh, also wie Minus wohl natürlich auch, aber ich will das nicht vergleichen jetzt, aber, ja, zu Überempfindlichkeiten und, ja, alles muss thematisiert werden, Oversharing, nee, war auf jeden Fall maximal cool und, ja. Ähm, ich merke das ja aufgrund früherer Mobbing-Erfahrung sehr geneigt für mich zu fragen, was ich falsch mache. Das bringt dich nicht weiter. Die haben halt eine Anziehung und die haben sich zu dir nicht und das ist ja auch kein Mobbing, ne? Wie schafft man es am ehesten, sich nicht in solche alltäglichen Seitenhiebe reinzusteigen? Ja, was du jetzt geschrieben hast, sind keine Seitenhiebe. Meine ich, aber wie gesagt, ist aus deiner Mail immer schwer zu sehen. Hm, ich kann ja nochmal gucken. Weiß ich nicht. Also wenn da irgendwas Intentionales ist, wo die, wo du wirklich das Gefühl hast, boah, das geht jetzt aber zu weit, dann kannst du natürlich was sagen. Das ist ja klar, ne? Hipposküler sind eher so Alltäglichkeiten hier. Das ist so mein Eindruck. Und ja, also sich immer wieder sagen, hey, das ist ganz so, ja, die mögen sich halt mehr. Ich mag sie eigentlich auch nicht. Und ist jetzt nicht so prickelnd, aber in der nächsten Dreierkonstellation bin ich vielleicht mal am Start. Und ja, klar könnte man jetzt in der idealen Welt, hätten dich trotzdem mehr auf dem Zettel, aber so sind gerade die meisten Menschen nicht. Ja. Meine bisherigen Strategien sind eine Liste machen. Ach, ich weiß nicht, ob, wie gesagt, du machst, fängst du so ein bisschen manchmal an, so das große Operationsbesteck rauszuholen. Ich weiß nicht, ob das so notwendig ist dafür, so, ne? Aber das ist jetzt nur so ein Gefühl, so, ne? Weil das ist ja keine Beziehung zu denen, ne? So keine Liebesbeziehung. Eine Liste machen und planen, wie ich mit der Sache umgehen kann. Dinge bewusst machen, die auf der Plusseite stehen. Wer mag mich alles? Was kann ich cooles machen? Das auf jeden Fall. Das ist wunderbar. Spielfläche sauber halten? Wunderbar. Pünktliche an Deadlines halten, nicht unnötig unfreundlich werden. Und noch zuletzt die Frage, ja, du musst die aber auch nicht besonders beachten, ne? Also wenn sie dich nicht beachten, brauchst du sie auch nicht beachten, ne? Ich meine, das kann man jetzt so ein bisschen 3D finden, aber ehrlich gesagt funktioniert das häufig am besten. Also das muss man ja nicht mit Wut machen oder so, sondern, ja, okay, ihr beachtet mich nicht. Ja, beachte ich euch auch nicht, ja. Weil das sind auch die Gesetze unserer Dimensionen hier, dass Sachen im Ausgleich sein müssen. Und das würde nicht passen, wenn du dich dann total reinhängst. Und die machen es aber nicht, so, ne? Noch zuletzt die Frage, wie kann man sich in einem Umfeld, mit Ellenbogen kämpfen, die ich vollkommen anstrengend und unnötig finde, auf Dauer nicht wohlfühlt. Selbst wenn es ein toller Studiengang ist, wir müssen noch ein, aber ein Dreivierteljahr zusammenarbeiten, redest du eher davon ab, zur Not zu wechseln, als alles auszuhalten. Ne, du musst gar nichts aushalten. Ich kann jetzt immer nicht beurteilen, wie viele Möglichkeiten es gibt, aber ich würde, nehmen wir mal an, weiß ich was, ich immer meine, es gibt sechs Arbeitsgruppen, ne? Und alle haben zwei Leute und du bist jetzt in einer drin, wo das nicht funktioniert und das ist überhaupt kein Problem, in eine andere zu wechseln, würde ich das sofort machen. Also, weil dann werden die Karten neu gemischt und dann kannst du ein ganz anderes Game haben. Also, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie schwer das ist zu wechseln, was davon abhängt, aber du musst überhaupt nichts ertragen. Man muss es halt immer abwägen, ne? Wenn das jetzt so die einzige Möglichkeit ist, da zu irgendeinem Abschluss zu kommen oder so, da muss man eben Zähne zusammenbeißen, das ist ja manchmal so im Leben, ne? Aber wenn es dann eine Möglichkeit gibt, zu wechseln, klar, warum nicht, ne? Also, man muss nichts Unnötiges aushalten, ne? Nur um des Aushaltens willen. Sorry, die ist mir jetzt etwas lang geworden. Würde mich sehr freuen über eine Antwort. Nö, die ist überhaupt nicht. Die ist ungefähr ein Fünftel, was ich sonst so kriege. Hast du sehr gut geschrieben. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen. Ich wollte auch nochmal einen Fokus werfen auf den Kurs, da haben wir lange nicht drüber gesprochen, Spiritualität und ein ganz geiles Leben, weil so wirklich sein eigenes Leben schön zu machen, das ist einfach so viel Absicherung gegen, ja, negative Sachen, die von anderen Menschen kommen. Und ich wollte auch nochmal hinweisen auf Modul 2, das klingt immer so ein bisschen wie so ein Anhängsel von Modul 1, aber da sind auch viele Sachen drin zum nice geilen Leben, die wirklich sehr zentral sind. Und natürlich der neue Glückskurs im Januar. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020